UNTERTITELUNG Die Leute in Fort Harman Country mögen Wundtreiber wie Sie nicht. Freies Weiden ist legal. Die Zeiten ändern sich, Mr. Spearman. Alle wissen, dass es einen Kampfgeber hat. Baxter's Männer haben einen unserer Freunde ermordet und einen 16-jährigen Jungen angeschossen und zusammengeschlagen, sodass er vielleicht stirbt. Ich hab kein Problem, einen umzulegen. Hatte ich nie. Heute werden einige Männer sterben, so. Ich werde sie töten. Ihr habt nicht viel übrig für Leute wie uns, aber ein Mann hat das Recht, seinen Besitz zu verteidigen und sein Leben. Und weder ein Rancher noch ein paar Revolverhelden werden uns daran hindern. Sie hätten verschwinden sollen, als sie die Möglichkeit hatten. Hast du unseren Freund umgebracht? Ganz recht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Verschwinden Sie aus diesem Haus! Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Vielen Dank.